Jo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Genshin Impact Video. Heute mit einer neuen Verlosung für die neue Version. Und zwar ist ja heute Sondersendung 3.6, also sehr viele Videos, sehr viel Hype und so weiter, sehr viele Posts, sehr viele Informationen, die man erstmal verarbeiten muss. Und eine Information oder eine Aktion, in der man heute teilnehmen kann, ist die Verlosungsaktion zur Version 3.6. Und zwar kann man 10 Mal verwobene Schicksal gewinnen. Das Ganze findet einmal auf Twitter statt und dann auch noch auf Facebook. Und zwar müsst ihr dafür einfach nur ins HoyoLab gehen und auf Aktionen oder dem Link in der Beschreibung folgen. Und dann habt ihr hier die Verlosungsaktion für Beiträge der Sondersendung. Dieser Button leitet euch direkt zu Facebook weiter. Und das Gleiche findet aber auch nochmal auf Twitter statt, was hier tatsächlich gar nicht wirklich erwähnt wird, weil das vermutlich daran liegt, dass es auf Twitter auf Englisch ist und auf Facebook ist auf Deutsch. Und das hier ist ja der Beitrag auf Deutsch, deswegen wird es auf Twitter wahrscheinlich nicht gementioned. Und man kann an beiden teilnehmen, man kann aber nur eine Belohnung bekommen. Also wenn man dann theoretisch wirklich bei beiden gewinnen sollte, was extrem unwahrscheinlich ist, dann kann man aber nur eine Belohnung bekommen. Aber auf jeden Fall, was muss man machen? Also ihr geht einfach auf Facebook. Das hier ist der Facebook-Beitrag, auf den ihr euch dieser Link hier schickt. Und dann steht hier quasi, folge diesem Konto und hinterlasse einen Kommentar unter diesem Beitrag, um uns mitzuteilen, worauf du dich in der neuen Version freust. Wir werden 50 Teilnehmer nach dem Zufallsprinzip auswählen und ihnen jeweils 10 Mal verwobenes Schicksal schenken. Das heißt einfach dem Facebook-Konto folgen, also Gefällt mir drücken heißt das quasi auf gut Deutsch. Dann kommentieren, worauf man sich am besten freut. Zum Beispiel, ich freue mich auf den Ganyu-Rerun oder so. Und dann hat man da eine ganz gute Chance. Also auf Facebook sind die Chancen wesentlich besser als auf Twitter. Auf Twitter kann man das Ganze auch nochmal machen. Und zwar einfach auf den offiziellen Genshin Impact Twitter-Account gehen. Follow this account and retweet this post with the Hashtags, bla bla bla. Also dem Twitter-Account von Genshin Impact folgen und den Tweet quasi retweeten mit Zitat. Und dann mit den Hashtags Genshin Special Program und Genshin Impact. Also die beiden Hashtags müssen da mit drin sein. Und dann ist hier das Gleiche quasi mit 50 Teilnehmern, die 10 Mal verwobenes Schicksal bekommen. Und ihr seht schon, es gibt bereits 38.000 Retweets auf Facebook. Es sind gerade mal 500 Kommentare. Also die Gewinnstrahlung auf Facebook ist erheblich besser. als auf Twitter. Aber ich würde trotzdem mit beiden mitmachen. Dauert nur ein paar Sekunden. Und 10 Mal verwobenes Schicksal ist schon nicht schlecht. Ich meine, sind das nicht sogar 10 Euro oder so? Ich weiß gar nicht. Aber es ist auf jeden Fall nicht wenig. Keine Frage. Genau. Und ja, das war es eigentlich auch schon wieder. Ich sage danke euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch viel Glück. Ich hoffe, jemand von euch gewinnt. Und wir sehen uns hoffentlich auch im nächsten Genshin Impact Video wieder. Bis dahin, haut rein und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.